In diesem Video... Komm schon! Oh. Nein. Da vorne ist der letzte. Rrrr! Nein! Nein! Ich hab gegen eine Blume verloren. Freunde, zuletzt waren wir zu stehen geblieben bei der Blumeninsel und werden jetzt hier einzeln nochmal Häuser abklappern. Hier ist nochmal ein Haus des fleischigen Fischers. Und mal sehen, was für hier so schönes auf uns wartet. Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt mit nachher machen? Oh, das klingt gar nicht gut. Wir müssen ihnen helfen. Keine Sorge. Wir sind auf Reise, um den Baus aufzuhalten. Ist er fort, kommen wir auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Oh, wenn ich daran denke, stehe ich schon mit voller Blüte. Bitte, ich möchte euch helfen. Nehmt diesen Wundersam. Den habe ich vor langer, langer Zeit an der Welt gefunden. Ist er nicht hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Oh. Spendabel. Wundersamen erhalten. Das war der einfachste Samen der Welt, den ich jemals erhalten habe. Sehr cool. Und schon sind wir, naja, sagen wir mal so, nicht in der Welt 2. Wir sind im Zwischenwelt. Da haben wir jetzt nochmal den Delfin-Kick. Den holen wir uns natürlich. Wir wollen natürlich den Kick des Delfins spüren. Aber das müssen wir uns erstmal anschauen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was der Delfin-Kick sein soll. Drücke unter Wasser R und schütte den Kontroll... Oder schütte den Kontroll... Ich habe gelesen jetzt R oder. Um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Okay. Oh mein Gott. Alles klar. Das ist ja absolut, äh, speed-tastisch. Alles klar. Man muss runter, hoch, runter. Ah, ich verstehe. Ja, das sollten wir easy schaffen, ne? Komm, Blume 1, ich kriege dich. Junge, bist du Speedo oder was? Ja, Nummer 1. Es ist ein Spam-Spiel. Das muss ich hinkriegen. Wenn ich das nicht gewinne, dann ist meine Ehre futsch. Gib mir jetzt diese... Bünze. Miau. Junge. Ich töte meinen Controller. Will you talk? Komm schon! Oh. Oh nein. Da vorne ist der letzte. Nein! Nein! Ich habe gegen eine Blume verloren. Nein! Ich bin so ein blumiger Lappen. Naja, mal holen wir uns jetzt die... Holen wir uns die Flagge. Gut, das müssen wir leider nochmal machen. Voll verkackt, ey. Also, das war... Nicht gut bewältigt. Gibt nur ein C. Dafür, dass ich eigentlich übelst der Spammer-Profi bin. Gut, wenn ich mich natürlich konzentrieren würde, ist das was anderes. Aber, äh, hier kann ich ja jetzt nicht dauerhaft Air drücken. Ich muss ja auch hochrunde da. Also, hm, schwierig. Toll gemacht! Und wir haben sogar ein Abzeichen dafür bekommen, das du gerade verwendet hast. Würdest du das gleich anlegen? Nein. Ich weiß doch gar nicht, ob das überall Sinn macht, die Abzeichen mitzunehmen. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir ein Unterwasser-Level haben. Dementsprechend würde ich sie jetzt erst mal noch nicht bevorziehen. Erst mal dann, wenn es soweit ist. So, jetzt geht's los. Wir müssen, glaube ich, Abkürzungen nehmen. Ich hab auch das Gefühl, man wird immer so langsamer. Wenn man an irgendwas dritscht. Komm schon! Nein! Ich steckenbleiben! Ja, ja, ich hab dich besiegt! Du kleine, miese Pflanze! Muahaha, ich bin einfach der... Aua! Tastenspammer, Gott! Punkt! Aus-Strich-Ende! Ja, das war doch, äh... Ganz geil! Musik ehrlich gestehen! Die Fähigkeiten machen das Spiel tatsächlich sauindividuell, weil du halt überall irgendwas anderes verwenden kannst. Und ja, könnten wir auch mal machen, wieder andere Sachen. Aber... Nö. In Übrigen! Weil ich gerade schon wieder gesehen hab... Wir müssen... noch was klein... in der Kleinigkeit tun. Wir hatten jetzt Daisy die ganze Zeit. Jetzt wird's mal Zeit für Peach. Ich verjahre es jetzt jedes Mal zu wechseln. Muss ich mir unbedingt dran gewöhnen. So, und jetzt gehen wir in Territorium der Sandknechte. Ja, it's Peach time! Ah, nee, das sind Hechte. Nicht Knechte. Drücke L, um das Delfin-Anzeichen zu legen. Kann ich das? Schade, dass man nicht während im Level... man die Aktionszeichen ändern kann. Ähm... Du siehst mir nach nem nicht freundlichen Fisch aus. Wird es auch wieder diesen... diesen gefräßigen Fisch geben? Er kann sogar Steine fressen, Freunde. Ah, ja. Okay. Hier wäre tatsächlich die Fähigkeit gar nicht mal so schlecht. So, er muss nach oben knirschen. Dadurch kriegen wir auch unsere erste Coin. Oh, aber wir müssen trotzdem... Du bist ein mieses Stück Fisch! Was kommst du einfach vom Boden heraus? Oh, hier ist ne Peach-Krone. Oh! Das wird jetzt geil! Und das war sehr auffällig. Nummer 2. Schade, dass der Stern nicht so lange hält. Aber cool. Wir wissen, da ist ein Stern. So, jetzt hoff ich mal, dass hier hinten... Oh, ho, ho, ho! Der Fisch wurde richtig rasiert! Ey, wie rasiert? Nein! Ich hab... Ich bin ein rasierter Fisch. Okay, wir nehmen den Delfin-Trick. Diesmal. Ich glaube, dieses Abzeichen wird uns hier in diesem Spiel oder in diesem Level sehr weiterhelfen. Zusätzlich müssen wir eigentlich jetzt nur die Ene-Münze sammeln. Ich find's halt irritierend, ne? Ich hab... Ich bin dran gewöhnt an die Boss-Spiele, dass man alles wieder nachholen muss. Was natürlich damals absolut anstrengend ist. Heutzutage ist das einfacher. Oh, Geld, ja. Gut. Aber umso besser für uns, weil dann können wir jetzt einfach hier die ersten Passagen durchwaschen. Und... Können uns ganz gemütlich erstmal die Checkpoint-Flagge holen. Okay, gut. Man sollte vielleicht trotzdem aufpassen, dass es da umsass. Okay. Ah. Ja, ich weiß nur, warum du das hast. Weil Trudel bin. Und warum ist hier so eine Einkerbung? Dein Ernst jetzt? Das ist auf jeden Fall ein Secret. Oh, Alter. Diese Secrets sind so, äh... Also, enjoying. Wirklich. Beim besten Willen. Die sind supergeil. Ja, okay. Wer braucht schon die Münzen, ne? Und man hat die tatsächlich auch, äh... Oh mein Gott. Ein bisschen rausgenommen. Für manche Passagen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man in dem Level noch ein bisschen was umändern kann. Weil, ich muss ehrlich gestehen, an manchen Stellen... Weißt du dir doch nicht so zu 100 Prozent, ob man jetzt... Ob das wichtig ist oder nicht. Du kannst mir nur raten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was bist du denn? Hat der gerade die Pflanze gefressen? Oh no. Ich dachte... Ja, dachte ich auch. Deswegen hab ich mich gebrüllt. Wie so ein... Oh mein Gott. Ach, der frisst die ganze Welt auf. Oh. Mann. Du Kackfisch. Oh no. Oh mein Gott. Ehre. Komm, komm, komm. Oh. Ich glaube, wenn er uns trifft, ne? Sind wir leicht verzerrtes Essen. So, jetzt müssen wir nur noch hinten. Komm mal her, mein kleiner Fisch. Komm mal her, komm mal her, mein Großer. Du willst ein Snack von Peach stecken hintern? Dann kannst du es dir hier hinten abholen. Oh shit. Das hätte ich nie so laut sagen sollen. Der ist ganz schön aktiv, wenn der hört Peach und Snack und so. Weißt du, was das Problem ist? Der kommt jetzt gerade hoch. Ja, nein, nein, nein. Fühl ich. Fühl ich. Schwein gehabt. Easy. Der Koffer der Riesensandfisch wird wieder klein. Das war zu wild. Ja, das war wirklich zu wild. Ähm. Und wo kommen wir jetzt raus? Irgendwo. Ich glaube, das ist kurz vorm Ausgang, ne? Gutes Level. Gefällt mir. Wirklich. Haben wir alles? Wir haben alles. Jetzt müssen wir nur mit Skill an die Flagge ran. Du bist mieses Stück. Miau. So, aber trotzdem erreicht. Auch wenn der mir meinen Hintern weggeknabbert hat. Ich wollte erst noch warten, weil ich geguckt habe, wie ich das am besten mache. Aber eigentlich hätte ich springen können. So. So. Im Territorium der Sandknechte heißt es besser, finde ich. Und nicht der Hechte. Das war kein Hecht, das war ein Knecht. Was der als einzeln konnte, war, war mein Hintern anknabbern. Und das ist bei Peach nicht gerade schwer. Äh. Warte mal was. So. Tut mir leid, meine liebe kleine Pflanze. Wir gehen jetzt in die Meereshöhle. Der Stibitzkiss. Stibitzkiss. Hört sich auf jeden Fall an wie Leute, die was stibitzen. Und ich bleibe bei der Wasserfähigkeit. Ich glaube, die würde mir nützlich sein. Und erzähl mir nicht. Oh. Okay. Ah. Ich dachte, das wäre die Röhre. Hm. Wie kommen wir am besten in die Röhre rein? Da müssen wir echt aufpassen. Nicht, dass wir da nicht hinkommen. Junge. Ähm. Wollen die mich alle töten? Nee. Junge. Das muss man erstmal genug tun haben. Ich wollte eigentlich die Coin haben. Hier schmeckt eigentlich Meerwasser. salzig, kann ich dir sagen. Salzig, kann ich dir sagen. Also Meerwasser sollte salzig sein. Deswegen soll man das ja auch nicht essen. trinken. Oder trinken. Oder was weiß ich nicht, was man mit Meerwasser noch so machen kann. Oh no. Und hier braucht man sogar die Fähigkeit, wa? Kann es sein, dass man hier die Fähigkeit braucht für die Coin? Hä? Hä? Dein Ernst, du? Oh wow. Junge. Willst du mich triggern oder was? Du bist die Zweite, ne? Mann, kam vorne rein. Oh, ich weiß nicht wie. Oh, Freunde, ich muss da nochmal nachgucken. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das frisst an meinen, meine Seele. Okay, aber wie kommen wir dorthin? Ich hab ne Idee. Pass auf. Das ist die wildeste Idee ever, aber geht das? Das geht! Okay, man braucht hier 100 pro die Fähigkeit. Ansonsten bist du am Arsch. Ja. Easy, wa? Findest du? Ne, also das ist tatsächlich... Hätte ich nicht gedacht, dass man das braucht. Aber man muss das haben. Ansonsten Pech gehabt. Ich liebe übrigens die Synchronsprecher. Äh, die Synchronsprecher. Der die Pflanzen synchronisiert. Ich mag seine Stimme, muss ich ehrlich gestehen. Und der sagt ja nicht mal nur uninteressante Dinge, weißt du? Und wiederholt sich dauerhaft. Der macht halt wirklich so... So wie es halt jetzt grad passt. Oh, man kann die mit Feuerblume, by the way, besiegen. War früher, glaube ich, auch nicht so. Bin mir aber auch nicht mehr so sicher bei denen. Weil, absolut vergessen und so. So, bis jetzt hat man zwei von drei Dingern auf jeden Fall die Fähigkeit gebraucht. Oh mein Gott. Alleine... Diese Dunkelheit hier unten zu sehen, ist nicht geil. Hä? Und was bringt das uns? Hä? Warum konnte ich jetzt hier runter? Das habe ich jetzt noch nicht ganz so gerafft. Die Mechanik. I see what you mean. Professor Dr. Patrick. Ich komme und rette dich. Oh, stimmt. Die hatten wir auch noch nicht. Äh, was? AC. Nein. Wie geil ist das denn? Oh shit. Wie geil ist das denn bitte? Sorry, Leute, aber ich bin absolut fasziniert. Das ist absolut geil. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, dritte Coin. Das ist mir wichtig. Und heilig. Alter. Was ist denn hier? Wie war die denn hier ab? Boah. Oh nein, ich falle, oder? Alles klar, Stibitzkuss. Du, wenn du wüsstest, was ich gerade gemacht habe. Oh, es sind Welten passiert. Es sind Welten passiert. Ich kann dir nur sagen, das, was man so erlebt hier mit Peach, ist unfassbar. Gut. Auch dieses Level wunderbar abgeschlossen. Zum Glück haben wir noch die Coin gefunden. Das wäre ja sonst belastend gewesen. Aber war halt auch nur noch die erste Möglichkeit. Man kam tatsächlich nur mit der Fähigkeit an alle ran. Außer zum Ende. Da hätte man die Blume genommen. Und dann wären wir auch durchgekommen. Aber, na, wenn man die Blume nicht hat, dann ist halt... Nicht wahr, Prinz Florian? Oh, da habe ich ja richtig Angst bekommen von den Vögeln. Halte ich mir lieber fern. Jetzt könnte ich mal eine kleine Pause gebrauchen. Wie wäre es mit einer Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier einen hilfreichen Fragezeichen-Block-Aubzeichen verkauft. Denk immer daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drück einfach die Air-Taste. Okay, ich werde so oder so alles zu 100% kaufen. Also werden wir auch hier in unserem Interesse am Laden zeigen. Wir kaufen uns erstmal die 100 Münzen für den Wundersamen und den Ausrufezeichen-Block. Und damit reicht das. Wollt ihr die Air-Taste? Nein, ich will den Abzeichen nicht anlegen. Ich weiß auch gar nicht, wofür die sind. Die sind eigentlich die schlechtesten Abzeichen meiner Welt, die ich gehört habe. Weil... Oh, warte mal. Wir machen mal den hier. Denn der macht... In den Leveln erscheinen Ausfragezeichen-Blocken, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items. Und dafür einen anderen Zweck. Und das ist das erste Expertenabzeichen, was wir haben. Den Jet-Antrieb. Also das ist nicht gerade was einfacheres sogar. Na gut, verständlich aber auch. Dann würden wir sagen, gehen wir mal ins nächste Level. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Oh no. What the... Okay. Alles klar. Das Spiel zeigt mir schon wieder neue... Neue Dinge. Die für mich faszinierend sind. Oh, das ist ein Remix. Oh mein Gott, jetzt kommt die Bubble am Start. Das ist der... Der Remix von... Ähm, jetzt lass mich lügen. Oh no. Ich komm da unten nicht mehr ran, weil ich die Shake kaputt gemacht hab. Das ist doof. Das heißt, das hier Starcoin 2? Ne, 1. Oh mein Gott, dann hab ich vielleicht eventuell noch Glück und krieg noch alles. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ist ja nicht so, als könnte ich einfach weglaufen. Schwein gehabt. Aber mehr als zwei Münzen haben die tatsächlich hier ja nicht... ...gebracht. Oh! In meinem Hintern rein, find ich jetzt frech. Das mach ich ja auch nicht bei dir, Vogel. Also noch nicht. Irgendwann, eventuell schon. Okay, kriegen wir echt nur Münzen raus, bisher. Ah gut, aber meine lila Münze. Die ist tatsächlich ganz wichtig. So, und hier gibt's doch Save-Watt. Ja, 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 ja. Das hat man gesehen. Ja, ne? Wild wie... Fürstchen. Und da haben wir auch Nummero 2. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken und drauf achten, dass wir auch nix verpassen... an, ähm... an, ähm... LOL. Äh, dass wir auch nix verpassen... wegen der, ähm... ...wegen der anderen Coin. Und wegen dem Samen. Wait. Kann ich die so... Kann ich die so... Ja, ich kann... ...die so aktivieren. Okay, das ist komisch, was... ...was der Dude da macht. Du bist so ein mieses Stück Käse. Oh, zum Glück war die dort. So, kurz warten. Sehr schön. Ja, hier hab ich leider Pech an der Stelle, muss ich leider sagen. Eventuell ist dort auch das versteckt, was eigentlich... ...die Wunderblume sein sollte. Nein! Die ist hier! Was passiert hier? Aber, 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 hä? Aber was? Das ist geil. Das ist absolut geil. 100% awesome. Oh no. Oh no. Ich fall tief. Oh no. Ich fall sehr tief. Die Luft ist rein. Und zwar so richtig. Wie geil war das denn bitte? Können wir das bitte öfter haben? Das war wunderbar geil, ey. Oh mein Gott. Und damit kriegen wir mal einfach mal die 100% fertig. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir die diesmal nicht bekommen. Weil wir ja was verkackt haben. Ein paar Mal. Aber wir haben die richtigen Züge getroffen. Und dementsprechend uns so die 100% retten können. Sehr geil. Und damit kommen wir tatsächlich aus diesem kleinen Viertel hier. Ich denke mal, das ist kein Welt 2-Gebiet. Weiter in die richtige Welt 2. Nämlich das Wölkchengebirge. Was wir schon ansatzweise gesehen haben. Nur jetzt können wir uns es genauer anschauen. 14 blaue Brauvier. Hehe. Diese tolle Aussicht gehört mir ganz allein. Ja, Bowser Junior. Sei dir mal nicht so sicher. Ich komm dir schon hinterher. Oh Gott. Ist das riesig. Aber eins hätte ich mir gewünscht. Und zwar, dass es verschiedene Bossgegner gibt. Nicht nur Mini-Bowser. Das wird auch die ganzen Kuperlinge werden. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte ein Königssamen sein. Brrrr. Boah. Das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird echt doch so schnell kalt. Ach ja. Und nicht vergessen, dass du dich jetzt jederzeit orientieren kannst. Und du L drückst. So. Jetzt aber weiter. Überleg gerade. Ich gucke gerade. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Secret-Wege. Safe. Aber es sieht sehr schön faszinierend aus. Und hier sind wir wieder am Hüte. Am Fuß des Wölkchengebirges. Hallöchen. Oh, hier ist es so k-k-k-k-kalt. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in die schwindelerregenden Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön. Der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum. Also sollte man das Gebirge besser meinen. Wir sind verzweifelt. Bitte verfreien unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht mit uns. Und natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Junior, der über all sein Unwesen treibt. Klettern wir hoch bis zum Gipfel und holen wir uns den Berg zurück. Und den Königsamen auch. Bitte. Die Stimme ist so geil. Damit haben wir den ersten Wundersamen in dieser Welt erhalten. Und kriegen Eintritt. In das Gebiet. Ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal gleich auch rein. Was ist los? Das ist so frustrierend. Dass dieser Unhalt Unruhe anstiftet. Und dabei wollte ich doch nur etwas höher klettern. Ich wollte es so gerne bis nach ganz da oben. Und jetzt... Kann da nicht mal mir jemand etwas unternehmen? Okay. Sei mal ganz geschillt. Das schaffen wir schon. Lass uns aber erstmal die Rätsel der Verstecke machen. Das sieht sehr interessant aus. Suchtrupp Rätsel der Verstecke. Okay. Finde alle Versteckten Wundermarken. Wenn du sie alleine nicht findest, suche sie zusammen mit Freunden. Ich habe aber keine Freunde. Taffi will ja nicht mit mir spielen. Das hört sich an. Äh, was? Oh mein Gott. Nicht so ein Ding. Das kann ja jetzt was werden, ne? Oh mein Gott, nein. Okay, Freunde. Das wird tatsächlich sehr aufregend. Da kann ich tatsächlich nur glücklich sein, dass ich irgendwie hier was finde. Aber wie? Da ist ein Abgrund. Hier ist aber absolut gar nichts. Hä? Oh no. Erzähl mir nicht. Das sind alle versteckte Blöcke. Das sind alle versteckte Blöcke. Ja. Wie findet man jetzt am besten versteckte Blöcke, wa? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich glaube, da muss ich mir Abhilfe verschaffen. Wie? Und in welcher Form? Keine Ahnung. Kann ich hier vielleicht den Charakter wechseln? Nö. Das wird schwierig. Oh. What? Okay. Okay. Man findet hier, by the way, Nummer 2. Muss man da auch irgendwie rankommen? Und ich sehe da auch einen Block. Warte mal. Da muss da eine... Da muss da eine... Da muss da eine was versteckte sein. Oh Gott. Irgendwatt versteckte. Ähm... Ein Block oder sowas, dass man da unterkommt. Also hier circa... Hä? Was willst du? What? Okay. Hier ist Nummer 2. So. Dann habe ich jetzt weiter geguckt. Und bin auch noch nicht auf die Idee gekommen, was noch ist. Die Röhre ist halt absolut uffällig. Aber hier kommst du halt nicht rein. So. Dann hast du hier hinten noch eine Röhre. Wo du ohne hier hin kommst. Und irgendwas muss ja hier sein, oder nicht? Ist hier irgendwas? Kann man hier irgendetwas machen? Hä? Okay, man kann die schieben und die passiert hier nichts. Muss ich das vielleicht hier am Rand irgendwo schieben? Nee. Oh, doch. Jetzt fehlt mir aber immer noch eine. Hä? Aber... Dann habe ich jetzt mit der Röhre geklärt. Aber was macht die denn jetzt hier? Du hast da drüben keinen Abgrund. Ey, wenn ich jetzt da drin sterbe, ne? Ja, dann bin ich sauer. Oh mein Gott. Fies. Fieses Rätsel, der will. Aber ich habe... Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt. Ich habe... Ich bin eine Ewigkeit oben gelaufen. Dass ich da überhaupt die Röhre gefunden habe. Und dann habe ich ja einzelne anderen hier sehen. Weil durch die Röhre konnte ich dann das Feld da oben sehen. Und wusste dann in etwa, wo das war. Wie man das öffnet. Und ach, naja. Immerhin wundersam erhalten. Ich bin glücklich darüber. Aber das habe ich echt. Also, das war ein Versteck. War krass. Würde ich sagen. Dieses Versteck kann man doch einen Daumen oben da oben da lassen. Dass man das geschafft hat. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir Welt 2 weitermachen. Also, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Bis denne. Und ciao. Und denkt an das Abonnieren.